Juhu, 20 Frames! Juhu! Also, 13 Frames? Das läuft ja fantastisch. Das geht gleich besser. Hey, wieso bleib ich denn bei 20 Frames? Was ist denn heute los? Oh, jetzt hab ich 50. Ah, das ist ja gut. Moment, 50 oder 15? 50. Hm. Das ist also mit dem Aufnahmeding, was wir benutzen. Oh, shit. Oh, da war einer. Too many grenades. Alter. Unten sind viele. Aber Maximus deckt mit mir. Nö, nicht mit mir. Nein. 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 ich hätte doch mit dem Spezialisten bleiben sollen aber gut jetzt ist zu spät ich hab 30 Magnum und oh Tim Tim wo bist du? am Punkt. Geh drauf ich komm mit Elgis. Bin da. Wo ist es besser rechts oder links? ähm tot was? keine ahnung ist wurscht wo also im raum sind viele das glaube ich auch ein einziger ist da ich geh auf den Punkt so solange Maximus lebt ist der linke Raum sicher gut unter uns unter uns was? ich sag doch unter uns ja ich weiß aber mir wurde die Sicht blockiert das heißt übrigens below ja ich hab mir jetzt angewöhnt ich hab mir von anderen angewöhnt ich weiß und ich weiß dass das wissen müsste aber egal oh scheiße ganz viele Nades von unten gesehen ich hab Nades ich hab ganz viele Nades und ich knalle alle mit Nades ab und ja ich weiß dass es so nädig war aber ich hasse Nades hey da bist du nicht der einzige unter uns oder höre ich da was falsch? unter uns oder höre ich da was falsch? ach man boah Tim ich mach jetzt mal einen auf ganz harter Junge du ne meine pkmsp mit und herr pkm m5 ist nein im Raum meine Maus zu aktiv schläft einer von hinten die Pumpe so genau wir könnten dem Tödel in den Tödel im 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 Tödel und boah ich wäre so am Arsch gewesen wäre dieser Wartyp nicht da gewesen weil die Pumpe nicht gut für Fernkampf ist kurva ja oh scheiße was ist los ich hab Ich hab ne Nate auf jemanden von uns geschossen Aber ist nix passiert, oder? Der wurde getroffen Vorsicht Alex von links Ja, Och Mann Links, Alex links beim roten Auto Tim, Hilfe Ab ihn Danke Ich sollte wieder meine PKM einpacken Ich hab Aegis voll, aber meine Leben sind noch nicht so gut, deswegen lass ich's erstmal Oh Scheiße Scheiße, Unsichtbarer, ich weiß nicht wo Ich weiß nur das hier Da, du siehst ihn vor dir Der war der Unsichtbare? Hast du gesehen? Ja, ja Ist weg Kannst du nochmal pingen hier überall? Meiner ist leer Das sind alle, die ich erfassen konnte Hitze, gut Tim, komm mit Komm hier links mit Ja, gut 2, 2, 1, go Von rechts irgendwo Warte, komm Wo ist die Hitze? Komm weiter rüber Ich Oh, da hinten Oh, ja Ah, okay Ist weg Passt du rechts auf Ich pass auf den Punkt auf Granate kommt Noch eine Granate Rechts kommen ganz viele Glaube ich Ich komme auch mitten rein Mit meiner PKM treffe ich echt gar nichts auf Entfernung Äh, PKM Wieso sag ich andauernd PKM? Ähm PK Nice Ah, scheiße Wieso verzieht man, wenn man Granaten Ne? Mhm Vor allem wenn die um die Ecke rum explodieren Verzieht man auch Das ist blöde Ja Naja Schockwelle ist Schockwelle Ja, aber trotzdem Wenn man unten sitzt Nach der Granate hochkommt Verzieht man trotzdem Hm Glaube ich PWA Was? Ich brauche mal kurz krasse Musik Auch wenn ich dabei sterbe Oh yeah Ne, ich sag schon wenn du Du solltest auffassen Ich bin wieder da Was ist los? Da hinten ist einer Bam Aegis vor dir Oh shit, ja Ich werf mal Aegis rechts Hä? Wo war denn der? Ach scheiße Da war noch ein Aufklärer Bei den Sandsäcken rechts Echt, die klauen mir alle meine Kills Überall und nirgendwo Hm Ich bin ja schon fast so schlecht wie ein Titanfall Geht das denn? Ne, wirklich nicht Hui Au Ah scheiße Komm, 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 komm Wie ist so denn? Mami Und nochmal starten Crap Du brauchst eine andere Capitim Das sieht irgendwie merkwürdig aus Werden wir gerade zurückgedrängt Ich hab noch elf Leben Ja, wir werden ganz zurückgedrängt Danke Tot Ach nein Spam Nate Wunderschöne Nate Das gibt's doch nicht ganz Ich hab 4 zu 8 inzwischen Ich hab 4 zu 8 inzwischen Da snipet einer bis hinten durch Noch nie erlebt? Ja, aber ich mein, die waren doch relativ weit hinten Trotzdem, wenn die da sind, wo die vorhin waren, dann ist das locker möglich Von wo aus campt der, wenn ich fragen darf? Äh, der recht, die rechte Mitte, wenn ich das mal so sagen kann Ach shit Ach man, das Wie ist der denn da hingekommen? Wieso hat der mich nicht früher gekillt? Mäh 4 zu 9 4 zu 9 Ja Oh, hab ich Ich auch Cool Ja Wo bist du? Hinter mir, vor mir, rechts von mir, links von mir? Ich bin direkt neben dir Tim Folgen Hinter dir Wir gehen rechts rum Durch das Gebäude Und drauf Dann mach Okay Rechts Okay, links meinte ich Rechts Guck mal, ob ich hier rechts Ich pingel die ganze Zeit Stopp Jetzt Jetzt einfach mal Oben gucken Nein, der ist weg Eck ist leer Um die Ecke ist einer, ne? Der könnte hochkommen, oder? Ja, aber nicht, wenn ich das mache Oh shit Tut mir leid Die Nate da links kam von mir Au Ach man Wie konnte der uns erwischen? Wie wohl? Und so schnell Ach so, nee Du wirst jetzt von einem anderen erwischt Woah, PWA Sehr schön Dieser Red-Typ, der ist echt nervig Hm 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 What, von hinten Was, wo? Sniper Sniper am weißen Auto Ist tot Clear Okay So Nö, nicht mit mir Ich kann leider nicht mehr tun Ich hab fast keine Leben Ich bin drin Delta Securing Delta What, die war doch weg Was machst du da? Ich klopfe zu guter Musik Bam Headshot Ich hab Wie kann man bloß mit 50 Frames spielen? Wie meinst du das? Ich meine, wieso macht der PC 50 Frames, wenn man doch nur 30 sehen kann? Tja Weg hier Ich hänge fest Ah Dude Sechs zu elf Yippie Ich hab älteres fast voll Boah, nicht im Ernst Komm Alex, wir versuchen das nochmal Nö Nicht mit dem Der hat ne SVD mit Magnum und dann Peng, ein Schuss tot Das kenn ich Weil ich es selber Ja, ja, ich weiß Ohne Magnum auf die Entfernung würde es schwer werden Aber ich frag mich, welches Visier der hat Oh, Hitze Natürlich ist da einer Komm, oh Wieso ist mein Eck leer? Oben ist einer, ne? Nein, ich musste nachladen Von hinten Wieso kommt der Typ Von hinten mit dem scheiß Sniper Der schon wieder? Ah Mir liegt eindeutig der Aufklärer mehr Als der Spezi Ich glaub bei mir andersrum Oder zumindest auf dieser Map mehr Weil ich hier auch mich hin campen würde und snipen Aufgepasst rechts von dir, glaub ich Ne, das war Maximus oder Graupi oder Das warst du Ich bin bester Spezi Mit 7 zu 13 Leute Das müsst ihr euch mal reinziehen Ich hoffe, man muss sie das nicht So Ich geh jetzt mal rechts unten Denken 1, 2, 3 Was? Tim, hilfst du mal bitte? Warte, hinter die rechts, glaub ich Hinter die rechts Hier unter mir, irgendwo Glaub ich oh rechts kommt einer runter rechts kommt einer rund wie hier unten rechts war gerade einer runter gekommen na gut das war dumm ich töte die einfach nicht alter ich habe so oft getroffen ich verstehe nicht wie ich die nicht getötet haben kann ich habe mich nur dreimal getroffen ich kümmer mich jetzt erst mal den punkt auch wenn der wahrscheinlich nur einer wird wieder eingenommen ziemlich kommen mit aber ich verstehe nicht ich habe ich habe die an also irgendwie dachte ich hätte wesentlich öfter getroffen mhm to kill now my time to waste pingst du mal unten rechts bitte da wo wir eben gestorben sind äh unsichtbarer gesehen gut mein ping ist leer granate wie bist du wie hast du überlebt ich bin ganz schnell weggelaufen und ich bekomme keinen los nein nein weißt was ich jetzt mache ich kämpfe mich an die position und werfe granaten das lief so gut nein ich kämpfe mich nicht an die per position nicht mit mir mein lieber junge junge das ist echt krass nicht mehr was die da verschleudern nicht mit mir mein lieber junge junge das ist echt krass nicht mehr was die da verschleudern nicht mehr oh shit unten bei der brücke ist einer wohin läuft der rechts links der geht jetzt den langen gang lang langsam wie woher wusste er dass ich da lang laufe hat möglicherweise damit gerechnet nein nein der mach den timer der hier im aufnahmeprogramm ischiert ist what the wie kann der das left side left side also gut für so weit Alex der kommt den langen gang lang welchen langen gang links der will uns hintergehen dann pass dich auf hinten auf also oben ist er noch nicht ha aber diese p90 von dem die zieht so hart rein die sv ne oder war das die war sd war ich weiß nicht das war eine schwarze dann vermutlich die sv das ist die war die das die p90 die am besten ist meiner meinung nach ok ja merke ich oh wie war der auf einmal da er ist wahrscheinlich hingelaufen ja ne aber ich hab den gang die ganze zeit gesehen hm 2 zu 4 und nur eine eroberungsvorlage obwohl ich eine sekunde eine millisekunde bevor wir erobert haben noch auf dem punkt war und dann bin ich hab ich dann musste ich runter wegen einer granate und futsch ich brauche nur eine vorlage was was wo war der rauch in dem rechten gebäude vor dem nächsten punkt oh was meine steuerung hat auf einmal ausgesetzt hoch was ist gerade los dieser rohr auch 14 entweder laggen die so hart oder die kriegen mich in 0,1 sekunde weg mit der p90 bei mir auch und bei mir auch und geben mir dann drei treffer an bei mir mit der f2000s sv sc glaube ich war das hm auf einmal peng tür ich verstehe nicht ja gut aber weil der ah ne warte redest du von p90 f2000 f2000 hm aber da ist es auch nicht so einfach möglich ganz ehrlich so wo sind sie denn da ah da ja ich hab noch die granate werfen können komm 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 ach niemanden erwischt die waren schon alle tot und von wo von da unten fickt mich nicht boah alter das geht mir so auf den sack ganz ehrlich und ihr seid schon alle auf bravo da ab danke also wenn es so weiter geht entscheide ich mich nur noch mit granaten zu spielen läuft es jetzt für dich gut oder wie oder nö danach wie die anderen spielen danach wie die anderen spielen natürlich ja oh kannst du mal nach oben ah da ich bin noch nicht so weit da ist einer da ist einer sim hilfe ich brauche einen ping warte hab ihn und jetzt runter erobern nein so knapp gesagt Oh man ich glaube ich krege wirklich pump is ja aber scheiße auf der map Ich nehme MG36. Ich verstehe das einfach nicht, Tim. Ich auch nicht. Genau wie bei Titanfall gestern. Nee, nicht mit MG36 und mir. Habe ich da einen Blitz gehört? Ich habe keins gehört. Nee, war ein Sniper. Boah, ernsthaft, Tim? Hättest du mir nicht diesen einen Kill lassen können? Achso, den hattest du gerade? Ja. Oh, shit. Wie habe ich das überlebt? Was? Fick dich. Aber danke, Alex. Hm, was? Danke, dass du ihn erwischt hast. Bitte. Bitte. Nö, nicht mit mir. Nur weiß ich leider nicht, von wo ich erneut geholt werde. Nicht deren Ernst. Boah. 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 GkM will hier. Und ich bin immer noch bester Spätsinette. Man, hinter uns! Hinter uns! Hinter uns! Ich weiß nicht wo. Oh, ich weiß nur hinter uns. Fast bei B. So weit hinter uns? Okay, dann betrifft es mich erstmal nicht. Schon da. Schon da. Äh, schon weg. Das ist mein Camperplatz. Graupi, fick dich! Weg mit dir! Danke. Oh, da unten ist einer. Ich bin hinter dir. Ich sehe, dass da nichts zu sehen ist. Jetzt geht's wieder los mit den Granaten. Ich habe ausgesehen, einem von uns fast alles wird zu. Oh, 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 shit. Auf der rechten Seite kommt Hitze durch. Und eine Granate. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich bin bester Spezi. Die Folge wird sowas von hochgeladen und bester Spezi genannt. Ähm, Alex, mir fällt gerade auf, es war nicht so schwer, bester Spezi zu sein. Die anderen hatten einen Spezi und der hatte eine bessere KD als ich. Ach, du meinst bei den anderen? Insgesamt war es besser. Okay, auf Wiedersehen, Leute. Tschüss.